Hoch über das Land, Japan, im letzten Krieg, das Volk saß man sich in Todesquart. Die Generäle pokern um den Sieg, der Pilot flog hoch über den Wolken hin. Er hatte nur eines in seinem Sinn, den Befehl vom General. Und als er des Generals stimme hört, da drückt er auf einen Knopf. Und ein paar Sekunden später, brennt das Land wie ein Feuertopf. Hunderttausende von Toten in ein paar Sekunden und jahrelang Jammer und Qual. Der Pilot, der schreit Hurra! Sektoria! Hunderttausende von Toten in ein paar Sekunden und jahrelang Jammer und Qual. Da gibt der Präsident eine Cocktailparty für den Piloten und seinen Generat. Der Präsident fragt ihn, hast du keine Angst? Hörst du nicht das Flüstern und Stöhnen vor der Tür? Der Pilot sagt, ich höre nichts. Und wenn, dann machen wir es wie früher. Der Pilot ist längst schon Generaladien mit einer fetten Pension. Er ist übrigens schon tot, aber mit einem dicken, haha, Stattbegriff. Uns hat man längst wieder dumm gemacht, durch den Scheißdreck und die Bequemlichkeit der Zivilisation. Und sollte die Zeit wieder gekommen sein, die Zeit, was Peter trug. Nein, Leute, schreit nein und schmeiß die Schweine vor ihrem Thron. Nein, Leute, schreit nein und schmeiß die Schweine vor ihrem Thron.